Wir brauchen 115 Gramm weiche Butter und 100 Gramm Zucker. Kurz vermischen, ein Ei, Zimmertemperatur, für aromatische Note verwende ich Zitronenzeste und dann den Saft von halbe Zitrone. 150 Gramm Sesam, 60 Gramm Mehl und halbe Teelöffel Backpulver. Und dann bei 180 Grad für ca. 10 Minuten machen. Die Kekse sind sehr weich, bitte abkühlen lassen. Die Kekse sind sehr weich, aber auch in der Kekse. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020